Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video, heute mit den Erinnerungsaufnahmen von Taiwad. Tag 6, was auch der letzte Tag ist. Je weiter wir kamen, umso mehr bemerken wir, von welcher Schönheit diese Welt doch ist. Unser Abenteuer ist noch lange nicht vorbei, die weiten Landschaften warten nur darauf, von uns bereist zu werden und es gibt noch so viel Neues und Unbekanntes, was wir noch entdecken sollten. Ja, ich dachte, dass Nathlan kommt und ich meine, das hier sieht mir ziemlich nach Nathlan aus, aber unser erster Halt ist tatsächlich der Anfang einer Geschichte, a.k.a. Mondstadt, hier wo alles angefangen hat quasi, mit Palmon. Oh, das ist das Voice-Over. Erinnerst du dich noch an diesen Ort? Von hier aus hat unsere Reise begonnen. Palmon kann gar nicht glauben, dass wir schon in so vielen Orten waren. Allein der Gedanke daran macht Palmon irgendwie emotional. Palmon möchte jetzt sogar ein Gedicht schreiben. Bitte gewähre uns deine Verse, oh Palmon, Dichterin aller Dichterinnen. Oh, Taiwart, du bist zu breit. So viele Orte haben wir besucht, aber noch nicht alle haben wir bereist. Mehr fällt Palmon nicht ein. Wolltest du beschreiben, wie schwierig unsere Reise war? Genau, das ist das Thema des Gedichts. Du verstehst Palmon eigentlich ganz gut. Amal im Ernst, wenn man zu lange unterwegs ist, vergisst man leicht, wo man angefangen hat. Zum Beispiel weiß Palmon jetzt inzwischen nicht mehr genau, wie süß mariniertes Hühnchen schmeckt und das war eines von Palmons Lieblingsgerichten. Deshalb hat Palmon die Alben überhaupt gekauft, um Fotos von den Orten zu machen, an denen wir waren und von den Menschen, die wir getroffen haben. Achso, die Fotoalben. Hab'u Leute irgendwie an Musik gedacht. Sehen wir diese Art von Handlung nicht immer wieder in kurzen Erzählungen und Filmen? Wenn die Protagonisten an den Ort zurückkehren, an dem die Geschichte begann, ist das Ende meist nahe. Hm, das Ende von Genshin Impact ist doch noch lange nicht nahe. Der Grund, warum Palmon hier Fotos machen will, ist nicht, um die Atmosphäre emotional zu machen, sondern in der Hoffnung, dass wir nicht vergessen, von wo aus wir aufgebrochen sind und so ohne Zögern weitergehen können, um uns von der Vergangenheit zu trennen. Hast du meine Gespräche mit Kasuar belauscht? Ah, die gute Atmosphäre, die Palmon gerade geschaffen hat, ist weg. Keine Sorge, ich verstehe, was du meinst. Wir werden weitergehen, und zwar zusammen. Solange du verstehst, was Palmon meinte. Also gut, dein Modell für dieses Foto wird teilweise beste Reiseführerin sein. Nun, welche Pose soll Palmon einnehmen? Eine entspannte. Oh yeah, und was denkst du? Sieht toll aus, bitte lächeln. Smug face Palmon is the best face Palmon. Hoppala. Kamisato Ayaka von Palmon. Alright. Achso, nee, Moment mal. Ich hab wieder das Ding, ich hab ja auf die Warteanimation nicht gewartet. Ach, jedes Mal das Gleiche. Dann können wir noch eine zweite Pose ausprobieren. Aber diesmal braucht man keine Uhrzeit, aber die Warteanimation. I forgot about it. Ich dachte mir, es gibt keine Uhrzeit, also kann ich direkt drücken. Die Warteanimation dauert echt lange irgendwie. Ja, gut, nicht so lange wie bei Zhongli. Uh, das ist nice. Okay. Als zweite Foto müsste aber Nudlan sein, sonst bin ich echt verwundert. Pyro. Heftige Schläge, Standardangriffe. Yes, Citizen Nudlan. Ja, wäre sonst echt komisch gewesen. Allein schon wegen dem Design, aber auch grundsätzlich. Ah, okay. Und... Ah, das sieht nice aus. Cool. Damit haben wir diese Aktion mal wieder absolut einwandfrei abgeschlossen. Die letzten beiden Fotos geben sogar 60 Uhrgestein, die anderen haben alle nur 30 gegeben. Auch das ist cool. Und damit sage ich auf jeden Fall, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, ein Like, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, ihr seht uns auch im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Outschrein und ciao, ciao. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.